Ich kann das aber noch nicht Jens mit der Antwort. Schönen guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf diesem Kanal, dass Sie den Weg hier ja gefunden haben, fällig total toll. Jens, heute ist der 14. März. Ja, wisst ihr was das heißt? Das ist der Schnipo-Tag, nein der Schnieblo-Tag, so heißt es richtig. Schnieblo, genau. Schnieblo. Oh, und jetzt geht bei mir auch schon los hier. Jetzt geht's. Ab in the Culling. Genau. Wollt ihr jetzt mal von gestern? Das wär doch mal sowas, oder? Der triviale Tag zur Aufnahme. Also wie gesagt, ich hab ja gestern ein bisschen gesuchtet alleine und es ist sehr abhängig davon, glaube ich, wie du am Anfang schon interagierst. Wenn du nur rumstehst und dir irgendwas suchst, dann hast du am Ende schlechte Karten. So, ich hab übrigens noch eine neue Mütze. Was ganz wichtig, glaube ich, ist, dass du allen möglichen Scheiß, den du irgendwo findest, in diesen Recycling-Ding da reinmachst. Und davon dann diese Dollar-Zeichener, wie heißen die? Äh, Funk! Das ist da, da geht der Funk ab. Genau, dass du da ordentlich Funk sammelst am Anfang. Das ist ja irgendeine Abkürzung, ich hab's noch nicht gefunden, was das heißt. Ähm, was mir aber auch gestern aufgefallen ist, ich hab ja gestern wirklich mal einen gekriegt, äh, das hängt auch sehr viel davon ab, wann du den kriegst. Also, wenn der halt relativ auch scheiße ausgerüstet ist, ne, und du, und du auch relativ scheiße ausgerüstet bist, äh, dann, dann klappt das vielleicht noch. Aber sobald die da ihre, sich gefunden haben und alles Mögliche passiert und jetzt geht's ab. Jetzt geht der da gut, genau. Boah, ich find der Anfangssound, der so lauter hör ich nix mehr. Ja, der ist schon ein bisschen lauter und dann, das werden sie bestimmt nochmal überarbeiten. Boah, wie geil, Loot Paradise. Oh, und ich, bei mir fängt schon direkt mein Problem an, ich kann nicht laufen. Ah, jetzt geht's. Ich hab gleich nochmal einen Bogen zum Anfang, weil hier alles perfekt da liegt. Was ist denn eigentlich, äh, Stein, na, das gibt's nicht, okay. Ich dachte, Stein, Stein, Holz, Stein, äh, das geht gar nicht. Also, Bogen ist Stein, Stein, Holz, Holz. Und nochmal Holz, genau. Und du kannst ja auch einen kleinen Rucksack machen, ne? Brauch ich nicht, ich hab das als, äh, Stadtperk. Okay. Oh, und wie Sie sehen, sehen Sie bei mir gar nichts. Ich hab keinen Stein hier, kein Holz. Das hast du sehr schön von mir abgeguckt, hier. Hast du das Video gesehen? Ich hab das jetzt mittlerweile über Aufnahme genommen. Ich hatte das als Upload-Test drin gehabt. Ach, wie Sie sehen, sehen Sie mal wieder gar nichts, weil die Aufnahme nicht läuft. Da hat schon einer das Ding gezündet. Da könnt... Na, geh ich da rüber. Ich bin so schlecht mit dem Bogen. Oh Mann, und ich muss, äh, nochmal eine Grafikeinstellung in dem nächsten Spiel. Oh, da ist schon einer. Da ist schon einer und verreckt am Gift. Mensch, bleib stehen! Hast du schon einen Bogen? Ja. Ich brauch nur einen Stock, dann hab ich auch einen Bogen. Weil du denkst, du kriegst den. Oh, jetzt hab ich keinen Funk. Ja, genau, haut der sich. Ja, ich bin... Ich hab, glaub ich, schon verkackt. Äh, renn zu mir, renn zu mir. Ich komm zu dir. Wobei... Oh, der hat ein Messer! Komm zu mir, ich hab ein Speer. Komm zu mir, zu mir! Au! Ich bin dabei. Oh, ich bin tot! Oh, sei das! Waren die zu zweit? Nee, der hatte irgendwie schon eine Spritze und ein Messer dann auf einmal gezückt gehabt. Der ist ein bisschen... Da rechts sind wir. Nein, nein, da, hinter dir! Ach, nee. Die sind zwei. Warte mal. Doch! Ach, so, ja. Ja, das sind zwei. Ich bin der Erste, der gestorben ist, glaub ich. Das geht ja wieder gut los heute. Oh, hinter dir ist einer hinter dir. Ja, der schießt auf den anderen. Also, was du machen kannst, ist Selbstmord, in dem du einfach mal an das Fass da hinten läufst und das hochjagst. Da kannst du die zwei noch mitnehmen. Ja, das Problem ist, hier sind jetzt schon... Alter, hier sind noch zwei andere. Noch zwei andere! Alter. Oder brauch ich mal einen Screechert davon, ey. Nein, die geht doch nicht weg! Doch, aber so hab ich vielleicht noch eine Chance. Wenn ich abhauen kann. Ja, das ist richtig. Ja, da wirst du nichts mehr finden, da hat der andere das Zeug gezündet. Aber du kannst dir dein Leben zurückholen. Ich guck hinter dir, ich guck hinter dir, ich guck hinter dir. Oh, da liegt auch schon einer. Wo? Ja, draußen an der Plattform da hoch. Guck, siehst du den? Ja. 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 Warte, ich guck, ich dreh mich um. Ich renne erst mal weg, irgendwo, wo vielleicht nicht so viel los ist und... ...erst mal in die Bandage reinhauen. In, äh, in a cooking scenario. Yeah! Wie sehen wir gespawnt? Oh man. Aber so viel auf einem Platz. Da liegt auch noch ein Stock, aber... Ja, da war nur einer auf der Straße. Links, dreh dich um. Noch ein Stück zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Da hinten ist der Spieler. Ich hab nach dem... Ja, da ist einer auf der Brücke. Ja. 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 Ich guck mich um für dich. Aber ich trepp den, ich hab nur noch zwei Pfeile, das ist das Problem. Und der hat bestimmt wieder irgendwas fett. Der hat ein Messer oder... Ne, irgendwas hat er geworfen nach dir. Jetzt hab ich keine Pfeile mehr. Aua. Jetzt hast du den Bogen weggeworfen. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Jetzt hat er deinen Bogen aufgenommen gehabt, das war sein Fehler. Ja. Au. Aber ich bin halb tot, das ist das Problem. Boah, der hat noch sehr viel, Jens. Da ist ein zweiter. Boah, den hab ich nicht gesehen. Okay, das war mies. Das war mies. Ich finde es Skinhead Brothers, ey. Ach, Quatsch, nicht Skinhead, sondern... Wie heißt die Frisur? Ich weiß die Frisur. Äh, 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 schreibt's in die Kommentare, Fukuhila Han-Kan. Ne, wie heißt das? Ja, das war schon mal nichts. Ja, das war kacke. Boah, wie heißt die Frisur? Aber ich hab mal hier in den Settings, jetzt kann ich erstmal meine Video-Einstellung wieder ändern. Ich hab alles so verschwommen gesehen. Äh, wieso? Stellt sich das bitte zurück, oder was? Ja, ich hatte gestern mal ein bisschen um... äh, umprobiert. Ja. Und dann hat sich das Spiel wohl nicht beendet. Weil der scheint wohl erst die Grafikanstellung zu ändern, wenn das Spiel einmal beendet ist. Okay. Und dann hat meine, wie heißt das? MmM! Wenn er die Frisur heisst, Ähm, Moooo... Moooo Moo Mooo Moooo Mooo Moooo Moooo Mooo Moooo Moooo.... Mero M criteria. Mickerathetics... Äh, ehrlich gesagt gar nicht auf die Frisur gehen... Ne, äh, so rechts, links nix, in der Mitte so'n Hahn kam. Wie heißt denn das? Gadda rather boah, ich glaube'ne Bosch. So weiss nicht, wo wir, äh... Ach so. unser passwort aber hatte ich stück sie waren aber ich also das ist auch echt heftig wo du sports und was du direkt findest am anfang ja ja vor allem wenn er jetzt zehn leute sind sagen wir mal eben sagt mit dem backpack das will ich glaube ich auch so soll ich nur abbrechen ja wenn geht oder schon ja ich habe schon gedrückt das ist bei wo ich muss das auch jedes mal so für stammina helfen sind wir fast durch bei allen sachen ja ich will jetzt nicht in die er aber money back ist auch geil immer immer plus zwei wenn er fangt chris das match mit backpack ja dann nämlich das und diese glieder kennen was steht und diese glieder ja dann auf geht's ab geht's so wie heißt die frisur was war das denn für eine frisur ja also glatze und halt so ein harenkamm in der mitte so hoch gegelt weißt du so ein jaja mir fällt das wort auch grad nicht ein mohacking nee moh.... ich weiß schon den titel für diese folge e Irokäse Warum denke ich da an Indianer Irgendwas Nein, Irokäse heißt Ja, ja, aber warum denke ich da an Indianer Also so, weißt du, der Indianerstamm Dann gibt es ja auch, die hatten das auch so Sag nochmal, ich habe nichts gehört Ich war in meinem Loch hier gefangen Achso, war so laut Oh, ich bin da, wo ich gerade gestorben bin Ja, ich, auch Ach, guck mal, 100 Wenn der Typ da jetzt nicht gleich wieder hier ist Ich gehe schon mal rein, ne? Ich habe schon mal eine Hammer Das ist keine Box zu looten Sag mal, was ist denn heute los? Das ist nur ein Funk, was im Schrank liegt und angammelt Ja, sieh zu, dass du so schnell wie möglich zu mir kommst Ja, du bist doch bei mir Du bist doch noch ein Stück weit weg bei mir Das sind 230 Meter Ey, du rennst ja auch gerade weg von mir Ne, ne, ne Ich bin im Haus hier drin Ja, na klar, Lüger nicht Es waren gerade noch 150 Oh, ich habe hier so einen Funkcontainer gefunden Boah, wie in Polen, ey Nix zu holen Ja, und in das Gebäude brauchst du auch nicht mehr rein Das ist ja auch das leer So, jetzt brauchen wir irgendwie Stock und Stein Ja, ich habe hier zwei Stöcker gleich Das sind Steine Bitte mehr Hallo, Jens Hallo Wo sind Steine? Hier ist schon mal ein Stein Ja, du kannst einfach auf den Boden kloppen, aber Hast du nur einen? Ja, ich habe erstmal zwei Drücke habe ich da hinten schon gemacht Am Eingang Ja, ich brauche nur einen Stein Ich habe gerade mal einen gefunden Fall raus Okay, das war sehr nah Wo ist denn die Stöcker? Ähm Hier liegt einer Ja, ich habe schon irgendwen gehört Aber es ist schon mal gut, dass sie sich ein paar überkriegen Ich weiß immer nicht, ob ich mir einen Bogen machen soll, weil ich eh nix treffe oder ich lass den Speer Das Also es kommt immer darauf an Also gerade habe ich zum Beispiel Geister getroffen und manchmal habe ich Glück und da treffe ich ein Schuss nach dem anderen Ja, aber ist ja auch so Ist ja so effektiv, der Ja, ich glaube nicht Aber besser als gar kein Fahren Äh Schaden Ja, also ich nehme den jetzt mal, weil ich noch so einen Hammer gefunden habe Aber Ja Wichtig ist halt, dass du dir, wenn geht, Munition noch craftest dann Ja Wenn du noch diese Funks über hast Ja, ja, geht gerade Wir sind schon lange genug unterwegs, dass man das hat Sehr schön Wo ist er? Funk, was könnte das bedeuten? Ja, wenn es jemand weiß, schreibt es in den Kommentaren Genau, ich überlege nur gerade Schreibt mir am besten alles in den Kommentaren Funktionales Utensil mit nuklearem ... Kern Ja, Kern mit C Ja, Kern Kern, Kern, mit nuklearen Kernel Wo waren wir denn hin? Äh, die Brücke bringt ja nix Die ist umgeklappt, hat schon immer gegengeschossen Äh, wie? Die ist umgeklappt? Oh, guck mal, vor uns ist der Bunker da, der ist nur zu Ach, guck mal Das wusste ich gar nicht, dass man irgendwie geht denn das? Du musst einfach gegenschießen Von unten, oder was? Wer schießt da? Achso Ich ja, die eine Hälfte ist umgeklappt Kannst du das nicht machen, mein Herz Nee, oder? Es ist neulich, dass hier irgendwann mal so Eine Falle auf dem Boden liegt Ja Ich glaube, hier war schon einer drin, die ist schon alles offen Ja Außer hat die Medizinschrank hat er nicht aufgemacht Ja Wie will das? Ja, hier oben, der Ding ist auch leer Oh, hier liegt nur ein Stock Nein, schnell muss ich es auch machen Oh, mehr als 24 Schuss kannst du nicht haben Ja, reicht ja auch, oder? Also so viele Schüsse kannst du, glaube ich, gar nicht abgeben Dass du so lange noch lebst Oh, hier unten ist noch eine blaue Funk Hast du 50? Nee Nee, 10 habe ich gehabt Lass mal nach Südwesten Also versuch nicht die ganze Zeit zu rennen Weil wenn du dann rennen musst, kannst du auf einmal nicht mehr Naja, ich habe 130 Running Das habe ich mir auch reingepackt Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mit den Einstellungen ganz gut fahre Aber es ist sorgenfreier Anstatt, dass du jedes Mal einen Rucksack suchst und sowas Da ist ein Fässchen Ich überlege mir gerade mal noch, äh, noch wenigstens schwer zu craften Was brauchst du da? Stein, Stein und... Genau Weil ich mach die Steine Also hier bist zwei Stöcke, ey Ja, mehr brauchen wir ja nicht Ah, ich hasse das Ja, sperr mich auch Jetzt hätten wir noch eine frei, dann könnten wir noch... Wo ist der Stop? Ich hab so eine... Was war das? Hatte ich einen abgeschossen? Nee Irgendwer hat geschrien Ach nee, du hast... Okay, du hast nebengehauen Hier oben ist noch eine Butze Oh, da sind aber schon viele tot Oh, wir sind fast die Letzten Wir sind die Letzten, oder? Ja, ey, das... Ein Einzelner ist nur über von dem einen Team Ja, und ein Doppelteam ist nur... Also, ein... Guck mal, die meisten sind killed bei Suicide Die haben sich alle selber umgeholt Oder heißt der einer Suicide? Nee Haben die vielleicht... Ach, das könnte die Explosion erklären Ähm, lass uns mal zu dem Tower rennen Ja Flughafen Ja Also, Fallschaden gibt's aber auch erst ab einer sehr hohen Höhe, oder? Ja, du... Dann kann aber auch sein, dass du so ein... So ein... So ein... So ein Waff kriegst, dass du nicht mehr rennen kannst Was sind die Waff? Kurzzeitig Ja Was ich halt so genial finde an dem Spiel Ja, das wollte ich mir holen, du Arsch Was ich so genial finde an dem Spiel Ist halt, dass alles, was du in der Hand hast Äh, Vor- und Nachteile hat Also, was weiß ich Eine Spritze oder so Da musst du wirklich stehen bleiben Damit du das reindrücken kannst Also, wäre es einfach viel zu OP Sobald du den Gegner siehst, sag Bescheid Weil ich hab hier noch, äh, Explosive Runs Da hat sich einer ne Drohne bestellt, da im Norden Da ist noch die Raufsäule Aber ganz weit weg Oh ja Was, Explosive Runs? Ja, aber das ist, äh, ziemlich gut für den Wird da zumindest geil ins Scheiß drin Was kostet denn? Ich hab noch nie ne Drohne gerufen bis jetzt 100, glaub ich Boah Aber wie können wir hier Das ist nämlich alles Loop Container Wer weiß, ob hier schon einer war Na, da zieh ich alles auf Ja, der Hotte Shit ist doch gleich weg Guck mal, hier ist leer Also voll meinst du Ja Ist noch ne Bandage Hast du schon ne Bandage? Äh, ich hab ne Hier ist ne Trapwire Ähm Oh, das ist ne 50er Container Ähm Ne, ich hab so ne Spritze So ne Heilspritze Boah Geil, ein Mantracker Ah, schmeiß den gleich mal an Ja, den hol ich mir sofort Ich mach jetzt mal das andere Ding klein, ey Was ist das? Schlagring ist hier drin Ja, wenn du dich brauchst, nimm mit und äh Ja, ja, ich hab nur grad die Hand und ich bin nicht frei Sag mal an Wie leid? Äh, wie funktioniert denn der Teil? Ich hatte da noch nichts Du musst stehen bleiben Ja, und dann? Äh, und dann drücken Und was sagt die Zahl? 99 plus Okay, dann ist hier wirklich keiner in der Ecke Dann nimm den Schlagring und mach den direkt klein Ja, ja, ich hab keinen Platz Wie viel Funk hast du? 36 Äh, warte dann, lass mich den Schlagring nehmen Und ich hab nämlich dann 50 Na, komm, die Kiste aufhören Ja Hier sind auch noch, äh, Kabinen Oben auch Oh, hier ist noch ein Rucksack, den nehm ich mal mit Oh ja Können wir nämlich auch direkt verscherbeln, na So, dann schauen wir mal was hier schönes drin ist Dann warte mit der Kiste Vielleicht können wir, äh, dann lieber einen Aerob holen, oder? Ich weiß nicht, wer besser ist Also ich krieg, äh, ich hab jetzt eingestellt, dass ich dann Ne, ich hätt gern lieber ne Schusswaffe, weil's hier eine drin ist, anstatt irgendwie nen Bogen oder so Und, boah, geil, ein Speer Oh, oh, oh Guck mal Oh, immer noch 90, 99 Fuß Den Stahlspeer, der ist schon nice Dann kann ich den anderen hier ein Scrappen Was macht denn der? Oh, der ist schon schlecht Dealsnär Ach, hier so ne Falle, die machen wir auch direkt gleich, oder? Guck mal, bleib mal unten, ich schmeiß alles dahin Guck mal auf den Tracker wieder 99 plus Okay 100, ja Wann seh ich denn Hm? Wann seh ich denn, wann einer da ist? Naja, wenn's unter 99 ist Sagt die mir auch die Richtung? Ja Da ist der Fall dann nicht mehr grün, sondern nur laute Okay Wir sind echt fast die Letzten, obwohl wir noch keinen Schweigen hier gesehen haben Ja, ist doch gut Wie viel leben denn noch? Okay, nur noch wir Zweierteams, das wird jetzt interessant Ich hab auch Explosive Runs gekriegt Ja, der eine hat einen Player Kill, der andere hat keinen Jaja, die werden sich ja jetzt nicht gegenseitig umlegen Das ist ja das Oder ist das ein Fangcontainer oder ein Explosivcontainer Erdrock ist hier Jaja, ne da oben ist noch ne Kiste Also ich hab jetzt 61, am besten wär wenn wir noch so ne Kiste finden Ja, so ein Ah, ist ein Fass Mensch, hab die Folge überlänger Was ist da hinten links, da ist ne Kiste, oder? Müssen wir nur einmal das Wasser laufen, ne? Dann guck mal lieber auf den Tracker vorher Ja 99 Ah, alles klar Du willst auch in die blaue Kiste, ja Was heißt denn 99 Meter weit weg, oder was? Ja 99, ich weiß nicht, ob Fuß oder Meter Ja, immer nur 99 Oh, ich hab auch nen Speer Sehr gut Die Spiele sind lustig Die Spiele bringt uns Spaß Oh, den hol ich Das heißt dann zwar, dass wir hier sind Und Hast du den jetzt reingemacht? Ja Jetzt stürmt der Gas raus, oder was? Jetzt stürmt das Gas aus allen Containern, die hier so rumstehen auf der Web Vielleicht haben wir Glück Aber die wissen jetzt zumindest, dass wir hier sind Wir sollten uns hier also jetzt verpissen Ja, aber noch haben wir 99 plus Oh, guck mal da oben ist noch ein Fangcontainer Ja, holst du den? Äh, wieviel hast du? 16 Okay, dann Kann ich mir, wenn Falls ich hier jemals hochkommen sollte Boah, jetzt Was heißt denn der grüne Pfeil? Das zeig ich dir immer richtig in den Wischen Äh, ne ne Achso, ja das ist gut Ja, das zeig ich dir immer richtig in den Wischen 52 hätte ich Ist auch noch ne Kiste Ja, da drüben ist auch noch einer Ja, da drüben ist auch noch einer Oh, bitte gib mir nen Bogen, gib mir nen Bogen oder so Das wäre, nice Oh, Elektroschocker Ähm Oh, jetzt kommen sie Ähm Oh, jetzt kommen sie Direkt Richtung Norden Okay Hier, hier, hier Ja 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 Habe ihn Nice Loh, ich hab den in den Beine geschossen Ja Die Frage ist, wo der andere ist Der ist noch 99 Meter weg Wie dumm ist der denn bitte? Ja, wahrscheinlich nicht genauso fresh wie sie dir Aber guck mal, der hat mir jetzt auf einmal Ja, mit einem Schlag, äh, voll viel Dings gegeben Ja Hast du da noch ne Kiste? Ne, wir, boah der hat nen Säbel, ey Äh, ich weiß gar nicht was ich wegschmeißen soll Ähm, der hat auch nen Endtracker Da, 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 da Ich schmeiß den hier weg Nehme mir den da Ja, der wird da wohl gleich jämmerlich verreckt da in seinem Gas, oder? Ja, wahrscheinlich Wenn der, wenn der AFK ist oder so Was ich mir vorstellen kann, dann Verreckt der jetzt gleich am Gas Wenn der sich nicht hierher bewegt Ich würd gerne den Fall wieder aufnehmen, den du da hattest Ich hatte noch nie nen Säbel gehabt Guck, Kriegerweg Tier 3 Spear Tier 3 Blade Und Tier 1 Hammer Oh, jetzt kommt er Wo? Sagt die Richtung Aus deiner Richtung, Südosten Aus Südosten? Ach du Scheiße, ne, das ist der schon Der war direkt vor mir Der ist oben aufm Ohr Ah, ich seh ihn, ja Ah ne, jetzt bist du Wow, da ist er Ja Ey, das bin ich, gell Der blaue Typ bin ich Ja, ja Oh, der hat eine Rentensäge Ja, komm runter zu mir Falls er in Atmen im Nachkampf geht Naja, er geht, er schieß Wo ist der denn? Der ist hier hinter Rabin Blutet, wie blöd Wahrscheinlich Rabin wieder Hunde Oh, boah Jetzt hätte ich nicht was gekriegt Wow Wo ist er? Victory Sehr schön Sehr gut Ich hab niemanden umgebracht Ich habe gewonnen durch Potifistation Und weißt du, womit ich ihn gekillt? Mit dem Bogen Mit dem Bogen Gut, dass wir den Bogen gemacht haben Ja Weil der die Käptnäge rausgeholt hat Da bin ich weggerade und umgedreht Echt? Okay, okay, nice Das war, das war jetzt zwar eine lange Folge Aber unsere erste Victory Folge, Jens Ja Speck, da kann sich Wenn Dennis das jemals sehen sollte Da kann sich Dennis eine Scheibe abschalten Genau So, wenn es euch gefallen hat Lasst uns einen Daumen hoch da Wir sehen uns beim nächsten Navita Das ist echt lustig, Jens Wir machen das öfters Ja Ich habe übrigens gelesen In der Roadmap steht drin Dass es im Multiplayer bald Erweiterung geben soll Nice Okay Das werden wir zwar noch nicht machen Aber Da kommen auf jeden Fall noch mehr Folgen dazu Bis dahin Genau Tschüss Auf Wiederhören Auf Wiederhören